Ich freue mich, dass du da bist. Die Stunde heute, die eine sanfte Yoga-Stunde ist, möchte ich gerne vom Thema tragen. Diese entspannte Konzentration, freifließende Konzentration, diese mühelose Konzentration und diese beinhaltet, dass man sich gerne dem zuwendet, was jetzt ist. Die Übung, die Meditation in einer Art und Weise durchführt, die aufmerksam, achtsam ist, aber eben auch leicht, mühelos. Und dementsprechend wird es auch eine sehr ruhige Yoga-Stunde sein, die uns verlangsamt. Wir werden auch in den vollen Atem gehen. Und schönerweise ist es so, dass der Aufmerksamkeit immer ein Sammeln von Energie folgt. Und wenn wir so in diese entspannte Konzentration gehen, damit auch Energie sammeln. Dann finde doch bitte deine bequeme Haltung für die Meditation. Die Hand innenflächenweise nach oben, ganz gleich, ob die Hände geöffnet, auf den Knien, auf den Oberschenkeln legen oder im Schoß. Wenn die Hände im Schoß legen, hilft es, in die Konzentration zu kommen und Energie zu binden, wenn sich auch die Daumenspitzen berühren dürfen. Und wenn die Hände auf den Oberschenkeln oder Knien legen, kann es dir helfen, wenn Daumen und Zeigefinger ein Kreis bilden. Manchmal ergibt es sich auch von alleine, dass während der Meditation Daumen und Zeigefinger oder auch Mittelfinger und Daumen zusammenfinden. Und schon diese Berührung von Zeigefinger und Daumen kann erstaunlich dazu beitragen, in die Sammlung zu kommen. Sehr einfach, mühelos, so wie es noch notwendig ist, balanciere bitte den Oberkörper aus, dafür ganz leicht den Körper ein bisschen pendeln lassen. Und in der ausbalancierten Haltung kann sich sowohl der Rücken als auch die Bauchdecke entspannen. Und damit du nicht in dir zusammensinkst, strebe bitte mit dem Schädeldach etwas hinauf, so ein bisschen über sich hinaus wachsen, während die Schultern locker hinab sinken, so dass du aufgerichtet bist, von einer gesunden Grundspannung des Rumpfes gerade gehalten wirst und dich dennoch entspannt fühlst, wenn du deine gerade Haltung gefunden hast, wende dich bitte dir selbst interessiert und freundlich zu, wecke bitte das Interesse an deinem Wohlbefinden, gehe nicht in die Meditation aus Pflichtgefühl, sondern aus Interesse an deinem Wohlbefinden, an Interesse an guten Entwicklungen, an positiven Entwicklungen, an Gesundung, an Entspannung, an Befreiung, So ganz und gar großzügig gönne dir selbst diesen Augenblick als einen schönen Augenblick, dich selbst zu erleben in aller Entspanntheit. Wir spüren uns gemeinsam in aller Ruhe mit der Aufmerksamkeit durch den Körper hinauf, beginnen bei den Kontaktpunkten zum Boden, spüre bitte das Getragenwerden von der Erde, die Erdanziehungskraft spüren und erlaube, dass aus dem Körper alles noch Angespanntheit, alles noch Unruhige und Angestrengte, alles, was sich unter Druck gesetzt, fühlt, über den Kontakt zur Erde, jetzt abfließen da, sich selbst zu erleben, sich selbst nicht mehr unter Druck setzen, an Forderungen sein lassen, kein Vergleich, keine Mühe, sondern ein unbedingtes Interesse am Wohlbefinden und all das, was Enge und Druck verursacht, Unwohlsein oder Unruhe, darf jetzt abgleiten, darf schmilzen, darf sich lösen, so, dass du dich frei und unabhängig davon wahrnehmen kannst, frei von Druck, frei von Mühe, frei von Unruhe, ruhig, entspannt und mühelos, das Hinunter- und Hinabfließen lassen von dem, was das Wohlbefinden noch verhindern kann, kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, so, wie es etwas Zeit braucht des Eisschmilz. Das Ereignis nimmt seinen Lauf, du brauchst es nicht zu kontrollieren, sondern kannst es geschehen lassen. Es löst sich, es erleichtert sich, es kommt zur Ruhe, mit dem Abfließen lassen in die Erde hinein, die erste angenehme Empfindung zeigen dir, dass sich das Ereignis tatsächlich realisiert. die Füße und die Beine, die Hüften entspannen sich mit dem Loslassen und abfließen lassen in die Erde. Füße und Beine kommen zur Ruhe und beginnen, sich wohler zu fühlen. du selbst ermöglichst es dir, dich wohler zu fühlen durch das Loslassen, weil du es gut mit dir meinst, weil du interessiert bist an deinem Wohler gehen. So wie sich die Füße und Beine entspannt haben und zur Ruhe gekommen sind, ereignet es sich auch im Rumpf. spüre bitte den Rücken, die Seiten, Bauch und Brust, die Tiefe des Rumpfes, räumlich, vom Beckenboden hinauf bis zum Schultergürtel, ein entspannter, ruhiger Raum, in dem sich fortwährend angenehmere Empfindungen realisieren. Entspanntheit und Ruhe, Erleichterung, Müllosigkeit und dein Geist ist so interessiert an der Wahrnehmung dessen, dass du konzentriert, kontinuierlich bei dieser Wahrnehmung bleibst, damit es dir nicht entgeht, festzustellen, ich fühle mich immer noch wohl und ich fühle mich immer noch wohl und wohler und wohler. Wenn du erlaubst, dass der Atem mit seiner sanften Bewegung den Rumpf bewegen darf und mit eintreten darf in den Raum deiner Wahrnehmung, kann dies sehr dabei helfen, noch tiefer einzutauchen in eine kontinuierliche Wahrnehmung eines Wohlbefindens und einer entspannten Konzentration, ein angenehmes Verweilen. Auch die Schultern, Arm und Hände bis zu den Fingerspitzen werden von deiner Aufmerksamkeit nun erfasst, um zu registrieren, wie gut es auch hier schon geglückt ist, losgelassen zu haben und noch weiter loszulassen und frei zu sein von Druck und Unruhe, entspannt und ruhig, sehr angenehm, frei fließend, mühelos konzentriert, bleib deine Aufmerksamkeit bei dem, wie es ist, nun auch den Hals und den Schädel wahrnehmen, befreit von Druck, Unruhe und Spannung, Suche interessiert nach den angenehmen Eindrücken, den angenehmen Empfindungen und deiner Möglichkeit, Angenehmeres zu realisieren, in dem du weiterhin loslässt, entspannst und ganz und gar gelassen bei der Sache bleibst. Dort, wo deine Aufmerksamkeit ruht, sammelt sich Energie und während deine Aufmerksamkeit nun den ganzen Körper erfasst, wird dein Körper zu einem Anziehungspunkt für Energie und in deinem mühelosen Verweilen dieser angenehmen Selbstwahrnehmung erstarken deine Kräfte, hebt sich das Energieniveau, Wirst du energievoller, vitaler und förderst deine Gesundung auf allen Ebenen im physischen, im psychischen, im psychischen, geistigen, im feinstofflichen und stofflichen, überall, verweilen, bleibe, umso entspannter, umso widerstandsloser, umso mehr Energie wirst du kanalisieren und speichern können, kein Festhalt, kein Festhalt, und unbedingt ehrlich, erkenne und beschreibe auch ruhig im Geiste die angenehmen Veränderungen deiner Positivität deines Interesses an dir selbst, deiner entspannten Konzentration, deines Verweilens, deines Loslassens, so fühle ich mich jetzt und alle angenehmen Veränderungen sind wie Geschenke an dich selbst. Nimm diese Geschenke dankbar an, vielleicht mit einem Lächeln, wenn du nun langsam die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen rechtest, bleiben die angenehmen Veränderungen bestehen, sanft etwas tiefer atmen, nach den eigenen Empfindungen etwas bewegen, regeln Füße, Hände, das Gesicht, vielleicht auch ein bisschen rechts, links bewegen, Beine ausstrecken, einfach so, wie es kommt, sich keine Gedanken darum machen, wie man sich bewegt. Bevor wir in den vierfüßigen Stand gehen, strecken wir die Beine noch mal aus, um mal ein bisschen die Füße, die Beine zu lockern, ruhig bei ausgestreckten Beinen, die Füße inwärts, auswärts, inwärts, auswärts, hin und her, bewegen locker, 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 locker. Wenn du dann gerade sitzt, lässt du die Beine ausschwingen, und wir kommen in ein Kreisende der Füße inwärts, mit einem Einatmen, halber Kreis, aus, Kreisband zu Ende bringen, ein halber Kreis, aus, Kreisband zu Ende bringen, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, ein, aus, kreisen anders herum, ein, aus, ein, aus, ein, aus, versuche dich so zu bewegen, dass der Körper das gerne mag, nur noch einmal, schütteln die Hände aus, und halten die Arme dann nach vorne, Fäuste machen, schau ruhig auf die Handgelenke, Schultern runterkreisen mit den Handgelenken, ein halber Kreis, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, aus, ein, aus, ein, aus, aus, ein, aus, beobachte, wie viele Nebenwirkungen da auch sind, wie die Arme, die Schultern etwas mitmachen, wie die Muskulatur arbeitet, kreisen dann auch mal andersherum, ein, aus. Und vielleicht empfindest du diese kleine Bewegung erstaunlich anstrengend, gar nicht so mühelos, wie es erst einmal erscheint. Nur noch einmal. Schütteln die Hände aus mit dem Ausruschen. Die Hände hinten fassen, atmen einmal tief ein, aus, nach vorne lehnen, kleine Stückchen, so wie es geht, Arme hinten hinauf, aus, aus, aus. Wieder ein, hinauf, Arme hoch, tief ein und aus, hinten fassen, nach vorne lehnen, aus, 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 aus. Tief ein, Arme auf, Brustkorb auf und aus, 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 aus. Tief ein, hinauf, Arme, Blick auf und aus, nach vorne, aus, 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 aus. Es kann sein, dass du die Arme nur ein Stückchen heben kannst, sei da bitte im Frieden mit deinem Maß. Etwas, noch einmal, noch einmal tief ein, Arme auf und aus, die Hände einfach neben dem Körper absetzen, Augen ruhig zu, kreisen mit den Schultern rückwärts, einatmen, vorne die Schultern heben, ganz hochziehen zu den Ohren. Nach hinten und aus, hinten hinunter und so weiter. Ein vorne hinauf und aus, hinten hinunter. Ein vorne hinauf und aus, hinten hinunter. Ein vorne hinauf und aus, hinten hinunter. Versuche mehr Leichtigkeit in die Bewegung zu bringen. Auch wenn du in die größtmögliche Bewegung gehst, nicht so viel Mühe geben. Entspannte Konzentration im Wohlwollen mit sich selbst. Entspannte, sorgfältige Durchführung. Das widerspricht sich gar nicht und kann entspannt und sorgfältig sein. Nur noch einmal. Aus, Schultern hinten unten lassen, Augen auf, klopfen die Brust mit dem Klang A tief ein, lockere Fäuste. Tönen A. Nochmal tief ein. Nochmal tief ein. Ruhiger Atem, Hände auf dem Schoß oder neben dem Körper. Augen zu, einen Moment spüren. Zunächst rückwärtig in den Vierfüßler, Augen auf, Hände neben den Hüften, Füße ein bisschen auseinander, Augen auf. Am Boden entlang, spitze dich von den Händen ab, dicht am Boden entlang, den Po nach vorne schieben, Füße stehen, über vorne Becken hinauf, hoch gucken oder sogar zurück. Wieder nach vorne gucken, wieder nach vorne gucken, zu den Knien, Knie parallel und aussitzen, zwischen den Händen, Stockrader, Rücken, Kinn heranziehen. Kopf hoch, tief ein, nach vorne, hinauf, hoch gucken, Kopf zurück und aus, Kinn zur Kehle. Kopf hoch, tief ein, hinauf, rückbeugen, Kopf zurück und aus, Stockrader, Sitzen, Schultern nach hinten, Kinn zur Kehle. Kopf hoch, tief ein, hinauf, Kopf hoch, tief ein, hinauf, wieder nach vorne schauen, Puh zwischen den Händen, Kinn zum Brustbein, Schultern runter. Kopf hoch, tief ein, hinauf, Kopf zurück und aus, Kinn zur Kehle. Kopf hoch, tief ein, hinauf, Kopf hoch, tief ein, hinauf, letzte Runde, nach vorne schauen, aus, Kinn zur Kehle. Kopf hoch, schütteln, nochmal die Hände aus, mit dem Aushuschen von den Schultern weg. 0509. Kopf hoch, hoch, schütteln, hauf, hupp, hupp, hupp. Die kommen dann nach vorne jetzt in den Vierfüßler, auf Hände und Knie. Den Abstand zwischen Händen und Knien lieber zu groß wählen als zu klein. und gehen dann jetzt in das Lockern der Handgelenke. Auf der rechten Hand die Finger einrollen und über die Fingerglieder, Fingerglied um Fingerglied, nach vorne, nach vorne, nach vorne gehen, bis der ganze Handrücken am Boden ist und wieder zurück, 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 zurückrollen. Andere Seite, einrollen, klack, 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 bis der Handrücken am Boden ist und so eine gewisse Dehnung hier über die Seite entsteht. Und klack, 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 wieder alles zurück. Und so weiter, nach vorne rollen und zurück. Und es ist gut, wenn du den Atem dazu nimmst, ein, gehst du nach vorne, gehst über die Dehnung, über die Rippen und aus, zurück, ein, nach vorne und aus. Wenn du die Hände nicht weit genug vorne hast und hier übst, ist es etwas ganz anderes, nicht das, was es sein soll. Bleib schön weit vorne, dass du wirklich mit dem Arm, mit der Schulter mitgehen musst, um das Handgelenk zum Boden näher bringen zu können. immer ein und aus, ein, aus, ein, aus. Und die ersten Male war das vielleicht noch so ein bisschen stark sich und wird jetzt immer weicher. Und ein letztes Mal mit der linken Hand wiederholen. Und kommen dann wieder an, gehen an die Füße, auf der rechten Seite, Zehen aufstellen und schiebe dann bitte mit der Ferse nach hinten und hier bleiben wir ruhiger, tiefer Atem. Versuchen nicht die Ellbogen ganz durchzudrücken, die Ellbogen zeigen immer noch zu den Seiten, nicht sowas hier machen. Ferse schiebt nach hinten, bleiben. Ruhiger, tiefer Atem. Noch einmal tief ein- und aus, absetzen, andere Seite, links aufstellen, Ferse schiebt nach hinten und hier bleiben wir ruhig und tief ein- und ausatmen, neutral gerade rücken. Wenn dir die Handgelenke zwicken, kannst du runterkommen auf die Ellbogen. Kann dir auch helfen, wenn du die Finger spreizst, Druck gibst auf die Fingerspitzen, wenn sich die Handgelenke zeigen sollten oder du kommst auf die Fäuste. Noch einmal tief ein- und aus- absetzen, gut durchatmen, linke Hand bleibt stehen, rechte Hand davor und setzen uns dann nach hinten zu den Fersen, Kopf sinkend und bleiben hier. Ruhiger, tiefer Atem. Der Körperschwerpunkt bleibt mittig, nicht linkslastig werden, dann ist die schöne Dehnung über die rechte Seite verloren. Du bleibst mittig und suchst eher die Dehnung über die rechte Seite, kannst also eher sogar ein bisschen rechtslastig sein, als linkslastig. Atmest hoffentlich genüsslich in die Dehnung, in die rechte Seite und schaffst dir hier etwas mehr Raum. Länger ausatmen, das vollständigere Ausatmen, begünstigt das tiefere Einatmen, das sich dann natürlich ergibt und mühelos noch einmal durchatmen, in dieser Vorbeuge und mit einem nächsten Einatmen wieder hinauf in den vier Füßen und aus, hier ankommen, rechte, linke Seite vergleichen, andere Seite, links vor rechts, nach hinten setzen, der Kopf sinkt hinunter, Schultern werden lang ausgestreckt nach vorne, in der linken Schulter, der Kopf sinkt, kann zwischen die Arme sinken oder kann auf dem rechten Arm liegen, das Körpergewicht bleibt mittig, so, dass man eine schöne Dehnung hat über die Seite, eine deutliche Dehnung, sich frei atmen, aufatmen, Raum schaffen, Druck raus, versuche nicht den Atem zu vertiefen, indem du immer mehr ziehst, und dich immer mehr in eine stressige Situation hineinatmest, so, und atme länger aus, länger aus, länger aus, und dann wird das Einatmen ganz natürlich tiefer, und dann wird das Einatmen sehr leicht, mit einem nächsten Einatmen, nun nicht hinaufkommen, wieder in den Vierfüßler, wenn du soweit bist, und treffen uns hier etwas höher, Gewinn aus den Schultern, neutral gerade, Rücken für Viagrad Pranayama, die tiege Atmung, jeweils einatmend, ein Hohlkreuz machen, immer noch ein, Brustwirbelsäule runter, immer noch ein, Kopf hoch, Kopf bleibt gehoben, aus, Becken kippen, runde, Rücken ganz zum Schluss, Kopf einziehen, tief ein, Ausstrecken, hoch schauen, und aus, rund, 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 rund machen, ein, Ausstrecken, aus, Becken, Brustwirbelsäule, Nacken, ganz zum Schluss, den Kopf, immer erst das Becken bewegen, dann die Mitte, ganz zum Schluss, den Kopf ganz gleich, ob man einatmet, oder auch ausatmet, und sich dann ganz rund macht, einatmend, ausstrecken, ausbeugen, rund, rund, Die Verbindung von Atem und Bewegung wird möglicherweise noch deutlicher und harmonischer, wenn du erlaubst, dass der Atem ganz leise in der Kehle hörbar wird, als Ujjayi Pranayama, als würde man hauchen bei geschlossenem Mund, das leise Geräusch entsteht auch beim Einatmen, beim Ausatmen, es ist leichter, es entsteht aber auch beim Einatmen, mit dem nächsten Mal ausatmen, bring bitte den Rücken wieder zurück in eine gerade Haltung, die Füße ganz schließen und setze dann die Ellbogen zum Boden für eine der Hasenposen, die Ellbogen ganz dicht zusammenbringen und zu den Knien, die Hände liegen da wie Hasenpfoten, hole Höhe aus den Schultern, Gesäßbeckenboden etwas anspannen, dass du nicht ins Hohlkreuz kippst, das ist für wenige Menschen nicht möglich, aber hier ruhig ein bisschen Spannung aufbauen und hebe dann auch noch den Kopf nach vorne schaue, jedes Mal einatmend mit den Ellbogen noch etwas mehr Druck geben, zu den Knien, Spannung aufbauen und aus, langsam Spannung raus, wenn dir das zu viel ist für den Nacken, kannst du nach unten schauen, während du das so durchführst, ein, anspannen und aus, Spannung raus und führst in der Bewegung die Brustwirbelsäule in die Streckung zwangsläufig, ganz gleich, ob du nach vorne schaust oder ob du runter schaust, einatmend, immer wieder Ellbogen heranziehen, Rücken streckt sich aus und aus, loslassen, probiere das aus, ob du das auch gut ertragen kannst, wenn du den Kopf gehoben hast, noch mehr Spannung in den Rücken bringen, zumindest sechs Wiederholungen brauchen wir hier, der Atem wird vermehrt in den Bauchraum, fließen mehr als in die Brust, noch einmal durchatmen, mit dem Anspannen beim Einatmen, und entspannen beim Ausatmen und dann lässt du, wenn du soweit bist, den Kopf locker hinab sinken, ganz bequem den Kopf ausschütten, locker, locker, gehen dann jetzt weiter, wieder den Kopf heben und die Hände vor den Knien in Breite der Schultern, aufstellen, hole auch hier Höhe aus den Schultern, Bauchnabel ein bisschen rein, nicht überstrecken, sondern neutral gerade Rücken, nach vorne, vielleicht sogar nach vorne oben schauen, Druck auf die Hände, das macht den Unterschied jetzt, nicht nur ablegen und atmen, sondern Druck geben mit den Händen zum Boden, Atmen dann für sechs Runden in den Bauch, zweite Hasenpose, vielleicht spürst du, dass du ganz natürlich etwas leichter und tiefer atmen kannst, durch die Belastung der Hände ist die Atemhilfsmuskulatur so aktiviert, ja, dass das Ganze etwas leichter abläuft, frei in den Brustkorb atmen, Noch einmal diese Art tief durchatmen. Bevor wir weitergehen mit den Hasenposen, bearbeiten wir kurz die Füße etwas, gib bitte so viel Druck auf die Hände, dass du die Knie vom Boden lösen kannst, hältst dich auf dem Spann und kippst die Zehen um und kommst wieder zurück, kippst wieder zurück auf den Spann und absetzt. Und nochmal, Knie vom Boden, nacheinander oder auch gleichzeitig über die Zehen rollen und nacheinander oder auch gleichzeitig zurückrollen, Knie zum Boden. Nochmal, Knie vom Boden lösen, nacheinander oder auch gleichzeitig über die Zehen rollen und wieder zurückrollen, nacheinander oder auch gleichzeitig absetzen. Mal noch einmal, aufrollen und zurückrollen. Lösen die Hände dann vom Boden aus, schütteln. Rollen auf, den Kopf auf, für die obere Atmung, Schultern locker neben dem Körper, einmal tief einatmen. Aus, den Kopf absetzen, Arme ganz lockern, rollen, tief ein auf, halbe Vorwärtsrolle. Aus, zurückrollen, Kopf wieder hoch, tief ein, hinauf und sitzen nochmal tief ein. Aus, aus, nach vorne lehnen, locker lassen, rollen, tief ein, aus, zurück, Kopf hoch, tief ein, hinauf. Und aus, nochmal tief ein, aus, nach vorne, mit diesem Mal bleiben wir dann aufgerollt, mit dem Einatmen aufrollen und aus, hierbleiben. Und wenn du fühlst, dass dir der Druck auf den Kopf unangenehm viel ist, legst du die Unterarme neben dem Kopf ab und bleibst hier. Ruhige, tiefe Atem, Schultern locker, lange Nacken. Der Druck auf den Kopf darf zu keinem Zeitpunkt unangenehm stark sein und das Druckgefühl im Kopf darf zu keinem Zeitpunkt unangenehm sein. Noch einmal tief ein, aus, zurück setzen, Fäuste aufeinander, Stirn darauf und bleiben hier. Hier, Ellbogen zu den Seiten, Kinn herangezogen, nicht den Nacken durchhängen lassen, sondern Kinn herangezogen, langer Nacken. Platziere eher den oberen Teil der Stirn auf den Fäusten und hier bleiben wir ruhiger, tiefer Atem. Langsam erst den Kopf heben, nach vorne schauen. Kommt entweder hinauf in die Hocke oder auch in den Vierfüßler, so wie es gut geht, um in eine abschließende kleine Übung zu gehen, um stehen. In der Hocke Blick nach geradeaus, aber Augen dann geschlossen, Schultern locker, ruhig und tief atmen. Wie von selbst mit dem Einatmen die Beine strecken, Kopf und Nacken. Und aus, locker lassen, bleiben hier, die Arme locker hinunter baumeln lassen, die Hände fassen, hinten die Beine, aber Arme ganz locker, Schultern locker. Bleib mal ein Momentchen in den Rücken aushängen, die Knie kannst du so beugen, wie es notwendig ist. Um mit geradem Rücken hinauf zu kommen, die Hände auf den Rücken legen, beugen die Knie nach vorne schauen, tief ein, genau. Und stehen, schütteln nochmal Arme und Beine aus, treffen uns im geraden Stand, gehen wir ein bisschen weiter nach hinten, dass ich dann ganz drauf bin, auch wenn ich die Arme hebe, die Füße parallel stellen, Hüftbreit, eine Faust gut zwischen den Füßen Platz, hat hinten außen an den Füßen ein bisschen mehr Druck, vorne innen am großen Zehengrundgelenk und am kleinen Zehengrundgelenk. Die Längstquergewölbe spannen sich so ein bisschen mehr auf, so eine angenehme Grundspannung kommt dabei in die Beine, Gesäßbeckenboden etwas angespannt, Augen zu und Vorsicht als gegenüber. Die aufgehende Sonne visualisieren, stabiler Stand, so ganz da sein und ansprechbar sein von dem Eindruck der Sonne und dem Berührtwerden vom morgendlichen Sonnenlicht, sich gemeint fühlen, angesprochener fühlen und erlauben, dass das, was im eigenen Inneren der Sonne ähnlich ist, das lichtvolle, lebensbejahende, schöner, das lebendige, vitaler, gewissermaßen korrespondieren darf mit der Sonne. Sich dem Sonnenhaften zuwenden, im Inneren und im Äußeren und so vorbereitet gehen wir in den vedischen Sonnengruß mit sehr weichen, fließenden Bewegungen, die den vollen Atem fördern. Wenn du den Bewegungsablauf kennst, können die Augen geschlossen bleiben, ansonsten öffnest du die Augen und federleicht mit dem nächsten Einatmen lässt du die Arme hinaufschweben, in eine offene Haltung der Sonne zu Gewand. Ein, Arme auf und aus, sinken die Arme wieder zurück. Nochmal, tief ein, Arme auf, sich selbst öffnen und aus, sinken die Hände wieder zurück. Nochmal, tief ein, Arme auf und aus, zurück. Wir atmen noch tiefer, erst ein in den Bauch und immer noch einatmen, die Hände vor die Brust legen in die Grußgeste, etwas Druck geben auf die Hände und aus, zurück, genauso wie du die Arme gehoben hast. Nochmal, tief ein, Arme auf, immer noch ein, Hände vor die Brust, indem du Druck gibst auf die Hände, wird der Brustkorb etwas weiter und aus, zurück, zurück, zurück. Wieder ein in den Bauch, gehen wir nochmal in die gleiche Aktion. Ein, Druck geben auf die Hände. Aus, zurück, zurück, zurück. Noch einmal, erst ein in den Bauch, immer noch ein in die Brust und atme noch weiter ein, wenn du die Arme hochhebst, wirst du noch weiter einatmen können. Den Atem und den Körper in die Länge ziehen, strecken und aus, zurück, genauso wie du gekommen bist. Noch einmal, tief ein, nicht genau. Arm hoch, Körper strecken, wenn du möchtest, könntest du wieder auf, könntest du auch auf die Zehenspitzen kommen, aber wieder zurückgehen auf den ganzen Fuß und wenn du auch die Arme wieder zurückbringst, noch einmal, tief ein, Arm auf, Bauchatmung, ein in die Brust, immer noch ein, Arm hoch, sich lang strecken, wenn du möchtest, auf Zehenspitzen und aus, zurück, 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 gehen weiter, tief ein, nicht hinauf, jetzt in jedem Fall auf dem ganzen Fuß stehen bleiben, hoch gucken, mini Rückbeuge und aus riesiger Armkreis, als wolltest du das ganze Universum umarmen. Noch einmal, tief ein, Arm auf, Hände vor die Brust, immer noch ein, Arm hoch, mini Rückbeuge und riesiger Armkreis, als wolltest du einfach alles umarmen. und noch einmal, tief ein, hinauf, hoch schauen, Augen auf, mini Rückbeuge und aus, riesiger Armkreis. Tief ein, wieder hinauf, nach vorne schauen, kommen jetzt auf Zehenspitzen, gehen weiter und aus, auf den ganzen Fuß und Knie und Ellbogen beugen, Ellbogen ziehen nach hinten, Knie bleiben parallel, nicht x-ig zusammenketten, wieder ein, hinauf und aus, Knie, Ellbogen beugen, Knie laufen wirklich parallel nach vorne, wie die Fußspitzen auch nicht nach außen abdriften, tief ein, hinauf, aus, angedeutete Hocke, Ellbogen ziehen nach hinten, tief ein, hinauf, aus, halbe Hocke, Hände vor der Stirn, tief ein, hinauf, auf Zehenspitzen, aus, halbe Hocke, Hände vor der Stirn, ein, hinauf, aus, halbe Hocke, Hände vor der Stirn, ein, hinauf, aus, volle Hocke, Hände vor der Brust, so wie es geht, wie es die Knie erlauben, tief ein, hinauf, auf Zehenspitzen, und aus, volle Hocke, so wie es die Knie mitmachen, vielleicht musst du auch auf halbem Weg anhalten, tief ein, hinauf, auf Zehenspitzen, aus, volle Hocke, letztes Mal, tief ein, hinauf, und aus, Hocke, Hände zum Boden, alle Luft raus, aus, 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 kommen hinauf, tief ein, die Beine strecken, Kopf am Nacken, und aus, locker lassen, rollen tief ein, auf, auf, Knie locken, Arme auf, zur gedachten Sonne, und aus, stehen, wenn es dir schwindelig wird, pumpen, mit den Händen, ein, Arme auf, und aus, hocken, ein, die Knie strecken, Kopf am Nacken, und aus, locker lassen, rollen tief ein, auf, Arme auf, und stehen, Augen auf, tief ein, Arme auf, und aus, hocken, ein, die Beine strecken, Kopf am Nacken, aus, los lassen, rollen tief ein, auf, Arme auf, und stehen, schütteln, nochmal, Arme und Beine aus, Arme, und dann nochmal öffnen, zur gedachten Sonne, Augen zu Knie, locker, Nacken frei, und vielleicht, kannst du zurückgreifen, auf, einen Augenblick, als du im Sonnenlicht, gestanden hast, und den Atem spürtest, meistens ergibt sich das, und man sich so ganz wohl fühlt, man einen Sonnenstrahl fängt, ja, oder einen schönen Anblick, man ist endlich irgendwo auf dem Berg angekommen, oder so, und, ach, da kommt das Aufatmen, und in dieser Weise, gehe in dieser geöffneten Haltung hinein, aufatmen, Sonnenlicht atmen, noch einmal tief ein, aus, auf dem kürzesten Weg, kommst du hinunter, in die Hocke, Kopf sinkt, wenn die Hocke nicht gut geht, kommst du hinunter, in den Vierfüßler, über den Mund, aus, aus, ausatmen, und lösen, das Ganze, dann über vorn, über die Knie auf, die Beine ausstrecken, ausschütteln, rollen, in die Rückenlage, ab, so wie es bequem ist, auf dem Rücken angekommen, die Füße aufstellen, und einige Mal über den Mund, aus, aus, ausatmen, anstrengend, aus, 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 etwas ruhe eingekehrt ist fasse bitte noch mal von vorn her über die knie als wären die hände wie kappen und während die knie geschlossene bleiben lässt du die knie etwas kreisen pendeln ganz leicht gemütlich deine aufmerksamkeit bleibt dabei im rücken du spürst wie sich die auflagefläche verändert wie der rücken von der erde massiert wird und bewegt sich genauso mit den beinen wie du daraufhin fühlst dass der rücken das gerne mag kannst doch mal auf einem punkt bleiben in so ganz kleinen bewegungen spielt keine rolle wie das im äußeren aussieht es geht nur um deine angenehme wahrnehmung im unteren rücken deine möglichkeit dir so eine kleine passive massage zu verschaffen begünstigen die beruhigung dann noch einmal mit dem hochhalten der beine wenn du den rücken recht flach am boden hast hebe doch bitte noch mal beide beine senkrecht hinauf und damit dir das leicht fällt kannst du die hände seitlich unter das becken legen die flachen hände meistens reicht so diese ganz kleine erhöhung oder du rollst die finger ein dass du eine etwas größere erhöhung hast und wenn du das nicht brauchst legst du die hände einfach flach am boden ab neben dem körper hier bleiben wir die knie können auch gebeugt sein lendenwirbelsäule runter wenn du daraus eine haltung machen möchtest etwas anspruchsvoller ist strebst du mit den fersen nicht hinauf während der rücken druck gibt zum boden das kinn bleibt in jedem fall herangezogen achte darauf dass dieses hochhalten der beine jetzt wirklich angenehm für dich ist eine ausruhhaltung eine herzentlastende ausruhhaltung eine herzentlastende ausruhhaltung noch einmal gut durchatmen dann lösen wir das ganze auf die füße absetzen und am boden entlang ausgleiten lassen Fußspitzen kippen locker zu den seiten Arme locker spüre bitte wie das blut in die beine zurück fließt und wie angenehm das ist Nacken locker gesicht entspannt jetzt beantworten die beinhebung nochmal mit einer kopfhebung als abschließende aktion die füße dafür wieder schließen finger verschränken und den kopf legst du in die hände die ellbogen heben und ziehst dann mit den armen den kopf hoch und hier bleiben wir nicht die schultern mit hochheben schultern fest am boden hier bleibst du kopf sinkt in die hände wie in eine hängematte der nacken wird immer noch ein bisschen länger den kopf halten nicht am kopf rumzoppeln schultern fest am boden nicht so üben schultern fest am boden noch einmal tief ein aus dem kopf verplegen den arme beiseite und ganz gemütlich so wie du magst ausschütteln auch den kopf noch mal hin und her bewegen vielleicht die knie auch noch mal einzeln heranziehen und halten vielleicht in andere kleine individuelle bewegungen gehen vielleicht die kleidung zurecht rutschen vielleicht eine decke nehmen oder eine rolle unter die knie kissen unter den kopf mache es dir bitte jetzt bequem du bleibst liegen für die entspannung und ich komme genau wenn du deine bequeme haltung gefunden hast schließe bitte deine augen und schenke dir selbst ein freundliches inneres lächeln es kann unsichtbar sein etwas gütiges keine erwartungen mehr an sich selbst jetzt irgendetwas zu leisten irgendeiner vorstellung zu entsprechen einfach nur gütig freundlich wenn du diese freundliche freundschaftliche gütige haltung zu dir selbst gefunden hast hast du eine dementsprechende stimmung eine atmosphäre geschaffen die dich umhüllt und in der du dich jetzt entspannen kannst so wie es ist wenn sich der körper entspannt weil er in warmes wasser eintaucht entspannt sich entspannt sich der körper nun weil er eingetaucht ist in diese freundliche atmosphäre die nichts mehr erwartet nicht mehr drängt nichts fordert sondern erlaubt sondern erlaubt dass sich der körper jetzt noch einmal ganz und gar wohl fühlen darf beobachte beobachte bitte wie dein körper dieses angebot annimmt wie gerne er sich darauf einlässt endlich brauche ich keine aufgaben mehr zu erfüllen wird kein maß angelegt sondern darf ich einfach nur sein wenn alle selbst auferlegte last fällt ab und der körper findet zurück in ein wohlbefinden das ursprünglich ist das sich natürlich anfühlt weil es ursprünglich ist und ganz gleich wo deine Aufmerksamkeit hinschweigt ob nun zu den Füßen in den Bauch in die Hände oder in den Schädel überall zeigen sich Eindrücke des Lösens der Erleichterung der Entspannung so dass noch einmal ein Wohlbefinden auftaucht indem du dich pudelwohl fühlst keine Kontrolle mehr kein richtig kein falsch kein sollen kein müssen so frei wie an einem herrlichen Sommertag an dem du Urlaub hast und alles losgelassen hast genussvoll dich am Dasein erfreust einfach so herrlich entspannt wahrscheinlich wird es so sein dass du immer mal wieder noch tiefer eintauchst beobachte das und nimm es so wie es sich gestaltet und die schönen Augenblicke die du dir selbst jetzt gestaltest und erlaubst nimmst du an als Augenblicke des Kraftschöpfens der Erneuerung der Heilung kostbare Augenblicke kostbare Augenblicke die du in die Realität gerettet hast keine bloße Vorstellung nicht nur ein Wunsch ganz real wunderbar das angenehme das du realisieren konntest verankere in dir es gehört zu dir es gehört zu dir du bist auf diesem Weg mit der Entspannung dir selbst bewusster geworden sanft nun absichtlich etwas tiefer atmen langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung kommen gemütlich und lass dir Zeit erst wenn du soweit bist kommst du genau in den Sitz sodass wir einen gemeinsamen Abschluss finden können hier nimmst du bitte die Hände dann noch einmal vor die Brust und bestätigst dir lediglich selbst die angenehmen Veränderungen die da sind im Geiste in ich bin Formulierung oder ich fühle Formulierung ich bin entspannt ich fühle mich wohl ich bin ruhig ich fühle mich frei und so weiter und so weiter ich bin ich bin ich fühle ich bin ich fühle mich ich bin ich fühle mich wenn du dir das selber noch einmal bestätigt hast verneiden wir uns jetzt noch einmal voreinander vor dem was wunderbar in uns selbst ist vielen dank für das gemeinsame üben und bis zum nächsten mal ich hoffe du fühlst dich jetzt auch wirklich etwas besser bis dann tschüss tschüss